Deine Tochter studiert Psychologie. Wie alt ist dein Bruder? Psychologie ist schwer. Wie alt ist deine Tochter? Wie alt ist deine Tochter? Mein Sohn ist 18 Jahre alt. Geschichte ist interessant. Studiert er Geschichte? Mein Freund ist 19 Jahre alt. Und meine Mitbewohnerin ist 19 Jahre alt. Meine Tochter ist 18 Jahre alt. Meine Tochter ist 18 Jahre alt. Wie alt ist deine Tochter? Wie alt ist deine Tochter? Wie alt ist dein Bruder? Ich mag Psychologie, aber ich studiere Geschichte. Aber ich studiere Geschichte. Mein Sohn ist 19 Jahre alt. Sohn ist 19 Jahre alt. Mein Sohn ist klug, er studiert Psychologie. Klug, er studiert Psychologie. Studiert deine Tochter Psychologie. Was ist die일be. Wo du sagst? Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020